ja leute mit dem wechseln habe ich leider nicht so drauf weil ich mit dem Ausrad wechsel mit der Tastatur habe ich leider nicht so klar weil es einfach zu viele Gadgets sind die ich habe das ist nicht so einfach wie beim COD und so weiter viel Muskeltheorie hier so fehlt mir mit ihr alle auseinander so muss es sein das stimmt gerade am Kopf getroffen warum sind sie gestorben oh der ist immer ein Schutt Beschuss aus Richtung Eingang Richtig, Beschuss! Nur dazu wird langsam auch knapp ich bräuchte Munition Miste ich bräuchte Munition alles sein ich bräuchte Munition ich bräuchte Munition Wettbewerb Komm schon ey ... ... ich steige noch Munition ... ... Neue Sniper, ja, das ist schon mal da, also wir haben jetzt, so jetzt hab ich was falsch gemacht, genau, so Primärwaffe will ich die haben, Sekundärwaffe SVD, ja, jetzt haben wir es. Ja, tut mir leid, Leute, ich habe gar nicht so viel Rede, weil ich bin leider zu sehr konzentriert hier auf die Feinde. So, das ist jetzt mal die Finde. Das erinnert mich auf die prämierende Weise an zu Hause. Hey, dann. Guck mal, dass ich hier miss geworden habe. Da geht es. Wir sind alle am Leben. Lass allein sehen. Hat er recht. Die Ecken, Jungs. Das ist der beste Weg nach oben. Das ist der schnellste. Keine Zeit für Erkundungstouren. Warte, bis du die Aussicht gesehen hast. Jetzt will ich aber auch was sehen. Lappe zu, Augen auf. Der schnellste Weg ist mal der unsicherste Weg. Das steht schon mal fest. Ich bin auch die ganze Zeit. Wow. 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 Shit, Alter. Shit, shit. Alles kurz und klein. Ehrlich. Ich hoffe, ich habe hier noch nichts knapp mehr vergabt. Scheiße. Mann. Ich bin getroffen. Das ist noch zufrieden, Mann. Komm. Los, Leute. Los, los. Nein, oder? Scheiße. 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 Verdammt. Bleib weg. Hat die Kontrolle verloren. Scheiße. Scheiße. Ich bin getroffen. Und schaue ich. Scheiße. Boah Leute, was soll ich sagen? Boah Leute, was soll ich sagen, was soll ich sagen, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, was soll ich sagen? Na los! Der Knochen ist durch, ich halte nur noch fleischend Uniform hier fest. Tu es, schneid es ab! Woher bist du los? Ist der tot? Sei mal nur unmächtig. Du bist doch Sanning, gerade du bist und das doch ist. Das war nur drei Stundenkurs. Entdeckung, runter, runter! Schau, wir haben! Der Heli kommt nochmal zurück, weg hier! Hey, das Ganze bei Jon und sind okay, oder? Los, rein! Es wirst du wieder dann. Scheiße. Wir holen dich hier raus. Du schaffst das. Die Augen, die Augen, die jetzt gelöst wird ja wieder. Los geht's, Racker. Geh ans Steuer! Hä, würd ich gern, aber... Ganz ruhig. Fortress, hier ist Tombstone. Evakuierung gescheitert. Wir müssen hier anders raus. Hört ihr mich? Tombstone, Fortress hat euch auf dem Schirm. Sekundärabholung unterwegs. Folgt der Straße drei Kilometer nach Westen. Überstanden, Fortress. Seht unterwegs. Wo ist der Helix? Ich sehe ihn nicht. Scheiße. Mein Mann. Meine Frau bringt mich hin. Nein. Arne, langsam. Du schaffst das. Wir bringen dich nach Hause. Du magst das. Wenn unsere Internet überladen und Schengen hier aus dem Moment ist, hat keiner von uns nach Hause. Hört hier noch jemand die ersten Tonnen erinnern? Mach schnell doch, Rick. Dann mach es nicht mehr lange. Bart, was ist los? Jetzt geht es weiter. Rick, was hat mich? Ziemlich unwahrscheinlich. Wo ist der, verdammt? Wo ist er hin? Siehst du ihn? Ich habe keine Ahnung. Shit. Da, da ist er. Bereit machen. Schnell da. Meilfresse, ey. Scheiße. Geht Gas, verdammt. Komm, 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 komm. Ausweich, ausweich. Dimmel. Wow. Wow. Lass die Schweine brennen. Jawohl. Das war... In die Fresse. So ne Scheiße. Nein. Shit, ey. Verdammt. Ja. Tombstone hat die Intel geborgen. Und? Im Falle eines chinesischen Militärputsches würden die Russen Admiral Chang unterstützen. Bestätigt den Bericht unseres Informanten aus China. Dann wurde Staff Sergeant Dunfer etwas getötet, das wir bereits wissen? Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai, Captain. Und die Russen mischen sich ein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir Suez abriegeln mussten. Eine falsche Bewegung und es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle, Captain. Aye, aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostkiste. Scheißdreck. Scheiß Kriegsrecht für eine Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jin Jays Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft. Ist progressiv. Drängte die Regierung zu Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. J getötet hätten. Wenn die Operation aufliegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass, gegen uns zu rechnen. Dann gibt's Krieg. Ihr müsst die VIPs unversehrt aus den CU Towers holen. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Covey koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur ein Notfall. Wacker, Staff Sergeant Dunn hielt sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lasst mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Tut das Richtige. Halt nicht auf. Kein Platz für Fehler, Jungs. Hoffentlich hält der Wagen durch. Entspann dich, Kleiner. Jetzt wird nichts passieren. Hast du deins Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Pack. Ich mein, was soll ich ihr denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlegen. Oder Irish! Komm mal, schau die Finger. Tut mir leid, Miss. Das ist doch alles voll für einen Arsch. Die Kops haben Schiss. Und wir, wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit Links. Was, Wacker? Ich kann eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, das motorisierte Infanterie. Verstanden. Ich glaub, die Arschgesichter starren mich an. Da halte ich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Bag? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, was lang geht, kommen wir nirgendwo an. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Klingt doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimische. Oh, nein. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Wir müssen nach links. Das Gebäude ist links. Wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zur Fußfahrt. Verstanden. Komm schon, Racker. Oh Mann, der Baden. Das ist aber ein Aufstand, ne? Genau. Mann! Wir sind die Musik. Wir sind die Musik.